Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Roger Javier von Bratwurst. Dann die 33 Andreas Wolf, Bildspieler mit der Nummer 3. Musik Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Musik Musik Und jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Die Mannschaftsaufstellung im Tor mit der 16. Applaus Halt! 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 Applaus Applaus Und komm! Das war's ja viva, das war's ja. Applaus 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 Ein Heimspiel, Mittwoch, 26. November, Ausverkauf hier in der Eberthalle gegen die Rhein-Neckar Löwen und unser Medienpartner das Rhein-Neckar Fernsehen übertreibt die Halle live in Fernsehen hier zu teilen Applaus 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 So, wenn ich hier mit der Ecke...